Hallo, ich heiße Gay Hendricks. Ich arbeite bereits seit 20 Jahren als Psychologe. Aufgrund dieser langen Erfahrung kann ich heute sagen, dass die Atmung der Schlüssel zur körperlichen und geistigen Gesundheit ist. Gesetzt den Fall, ich dürfte nur eine einzige Behandlungsmethode bei meinem Patienten anwenden. Dann würde ich Ihnen zeigen, wie man richtig atmet. Dabei würde ich Ihnen genau die Techniken beibringen, die Sie jetzt lernen werden. Ich bin heute von der Atemtherapie überzeugter als je zuvor. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass diese Atemtechniken in den letzten Jahren von rund 20.000 Menschen erfolgreich ausprobiert und angewandt wurden. Dabei handelt es sich um meine Patienten und um die Teilnehmer meiner Seminare und Workshops, die an vielen Orten in der ganzen Welt stattfinden. Nun liegt es an Ihnen, diese Atemtechniken auszuprobieren und anzuwenden. Zuerst werden Sie einiges Grundsätzliche über den Atem und die Vorzüge der richtigen Atmung erfahren. Danach werde ich Ihnen vier wirksame Atemtechniken zeigen. Diese Techniken sind äußerst nützlich. Sie werden Ihnen helfen, sich besser zu konzentrieren, mehr Kraft und Energie zu gewinnen und besser mit negativen Gefühlen umgehen zu können. Sie werden auch lernen, wie Sie Ihren Atem einsetzen können, um innerlich ruhig und gelassen zu werden und wie diese innere Ruhe zu einem Bestandteil Ihres Lebens werden kann. Ich nenne diesen sehr angenehmen Zustand die eigene Mitte finden. Dabei sehe ich einen Töpfer vor mir, der an seiner Töpferscheibe sitzt. Er ist ganz ruhig, gelassen und konzentriert, während sich die Scheibe vor ihm dreht. Er ist nicht angespannt und strengt sich auch nicht so an, wie sich beispielsweise ein Gewichtheber anstrengen würde. Er ist jedoch auch nicht im Halbschlaf, wie so mancher Angler, der schläfrig am Ufer eines Flusses sitzt. Wenn man sich in seiner eigenen Mitte befindet, ist man entspannt und trotzdem ganz wach.